Ich versuche das immer zwischen den beiden Säulen zu zeigen. Also, das eine war zwischen der Caminade, also Mitte des Schrittes, und er drehe mich so, dass ich auf beiden Füßen bleiben muss, und dann haben wir erst mal nur das, und sie hierhin geholt. Wir haben aber 360 Grad gekriegt. Ich mache es nochmal. Ich glaube, das wird das. So, dann machen wir wieder Tanzrichtung. Das war das obere Ziel. Das haben wir dann in beide Richtungen abgenommen. Genau, dann haben wir die Ocho's. Okay. Da um sie rumlaufen. Dann haben wir das gemacht. Mit dem Stopp. Ihr seid frei, wie ihr um sie rumlauft. Ich habe mir jetzt erstmal die einfachste Version gezeigt, aber ihr könnt auch rhythmisch um sie rumlaufen. so was machen. Hauptsache, ihr benutzt sozusagen nicht eure Frau. Da gibt ihr auszusehende Informationen, dass sie gehen soll. Sondern ihr müsst sie in der Mitte lassen, und sie bleibt ganz ruhig stehen und ist da wahnsinnig entspannt. Zu der anderen Seite den Ocho, und dann rückwärts, weil es da auf der Seite bequemer war. Da. Da. Noch einmal. Ocho nach links. Die Idee existiert nicht für sie. Keine Auswirkungen auf ihre Achse. Okay, dann haben wir gesagt, wir machen das aus der Drehung. Kreuz, eins, zwei, bumm, und eure erste Alteration, dann, bumm, 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 den Männern wieder hier hinten, langsam den Fuß abrollen, und mit dem Fuß die Drehung einhalten, das war nochmal so ein kleines Special. Okay, dann haben wir das von mir, Drehung. Bum, dadadadum, ba, bumm, ba, wum, bumm, 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 bumm. Diese Bewegung ist langsamer, aus dem Kreuz, zum Beispiel, könnte natürlich anders reinkommen, drei Schritte für Sie. mit ihrer Rückwärts-Ocho die Alteration einleiten, hier, holt sie, dreht sie und jetzt ist sie wieder in der Rückwärts-Ocho und jetzt kann er um mich herumlaufen und kann mich in der Mitte des Schrittes drehen. Okay? Ich glaube, wir haben jetzt nichts vergessen, oder? Ich glaube auch, wir waren ganz... Wir sind irgendwie ganz zufrieden. Okay, danke. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.